In Episode 4 gibt es die Assistentin des Spin-Doktors, Dr. Spin. Jetzt wisst ihr, worum er so heißt. Das ist die Valerie. Valerie ist eine sehr karrierebewusste Frau. Und ich bin sehr froh, für diese Rolle Jutta Bansenberg gewonnen zu haben. Wir haben uns jetzt vorher über das Projekt kurz unterhalten. Und über die Rolle natürlich, ist ganz klar. Jetzt meine Frage, du hast Low-Budget-Produktion. Warum bist du bei so einem verrückten Projekt nicht dabei? Verrückte Sachen habe ich schon immer angezogen. Das mache ich einfach gern. Und Film interessiert mich sowieso. Und dein Drehbuch halte ich jetzt schon für absolut witzig. Ich bin gespannt, was ich sage und ich es gelesen habe.